An mehreren Orten Deutschlands haben Demonstranten heute gefordert, die Grundrechte von Bürgern vor dem Zugriff von Geheimdiensten zu schützen. In Bad Aibling in Bayern gingen etwa 200 Menschen auf die Straße. Der Bundesnachrichtendienst unterhält hier eine Abhörstation und arbeitet Medienberichten zufolge an diesem Standort mit dem US-Geheimdienst NSA zusammen. Aufgerufen zu den Kundgebungen hat er das Bündnis Stop Watching Us zu Deutsch, hört auf uns zu überwachen.